Großwesenberg, bei Storbahn, 31.05.2013. Wir kommen gerade aus Lübeck, da war der Tag oder das Fest der Kulturen und das haben wir genossen. Super, alles schön da, die ganzen Kulturen der Welt, alle Lübeck jetzt. Das ist richtig so, das soll so sein und das wird so bleiben. Super, jetzt sind wir aber in Wesenberg. Hier sind ja nicht so viele Kulturen, das bedauern wir ja noch ein bisschen. Was ist denn, was haben wir da denn noch? Rottschild. Wir filmen gleich weiter. Da ist nämlich die Kirche, gleich im Wesenberg. Die Trabe, ganz gefüllt. Hier ist gleich Mesenberg. Tag, Yimba. Jetzt, wir sehen uns nicht. Töne Tag, Yimba. Wir sehen uns hier ein paar Töne, die Tür verraten. Sie sehen uns hier ein paar Töne. Wir sehen uns hier. Bis dann, was der Kulturen, bis jetzt der Kulturen anbiette? D reflections auf den Kulturen anbiette. Der Laden ist weg hier, da ist eine Wohnung draus, da ist eine schon schon gemacht worden. Wie ist der? Hier noch ein bisschen Kultur haben wir auch. Ein Felsberg. Auch hier ist ein bisschen... ...Grohre. Hier, da ist es, Autohandel. Na, kommt auch hier. Na. Und auch neu hier, und links in Kühe, die kann man nicht sehen ganz. Jetzt ist es schon ein bisschen später. Länger hier. Das war ein Kleinwelsberg, groß gleich dazu, war da auch dabei. Und den nehmen wir noch mit den Einzylindern. Das wär's denn. Und tschüss. Das war schon. Das war's. Wie war's? Das war's.